Intelligente Dokumentenaufbereitung für den Einsatz in kosmedialen Ausgaben Die Herausforderung liegt darin, dass wir von einem Dokument ausgehen möchten und dieses möglichst auf verschiedene Ausgaben hin aufbereiten. Früher war es so, dass wir unterschiedliche Quelldaten für eben diese diversen Ausgaben hatten. Ich möchte Ihnen heute einen Weg zeigen, wie das einfacher geht und eben wie gesagt von einer einzigen Datei ausgehend. Wir haben eine Datenbank zum Beispiel und da sind nicht drei, vier Logos drin, sondern nur ein Logo und auch nur ein Bild. Und diese Dokumente werden dann jeweils intelligent für die jeweilige Ausgabe aufbereitet. Also der Layouter kann locker einfach seine Dateien aus der Datenbank nehmen, ohne zwischen verschiedenen Varianten auswählen zu müssen. Das Ganze wird dann in einem PDF-Workflow entweder an einem Desktop-Rechner oder via Server aufbereitet und auf die Ausgabe hin umgerechnet. Die Umsetzung geschieht mit zwei unterschiedlichen Softwares. Zum einen habe ich hier die Colors PDF Toolbox, die ich zeigen möchte und die andere Software ist Enfocus Padstop. Als kleinen Vorgeschmack auf den Workshop möchte ich Ihnen zeigen, wie aufwendig es ist, wenn man sowas eingerichtet hat mit Pitstop. Wir schauen mal dieses Dokument an. Wir sehen, wenn ich auf Einblenden RGB gehe, alle diese Elemente sind RGB, gehe ich auf CMYK. Da ist noch überhaupt nichts CMYK und Volltonfarbe ist ebenfalls nicht vorhanden. Möchte man nun dieses Dokument zum Beispiel alles in Schmuckfarben umwandeln, dann klicke ich einmal hier auf diesen Button und Sie sehen hier, alles wurde wunderbar umgewandelt in Schmuckfarbe. Das ist ein kleines Problem von Acrobat. Ich muss das Dokument zuerst speichern. Ich schließe es und öffne dieses Dokument Pitstop nochmal und Sie sehen, jetzt sind hier alle Schmuckfarben gemäss dieser Aktion umgewandelt worden. Also mit einem Klick oder ich lege es in einen Hotfolder auf einem Server und wenn alles sauber eingerichtet ist, ist das gar kein Problem. Das Ganze gibt eine enorme Zeitersparnis. Wir haben ein einfaches Farbmanagement und wir können die Dokumentenaufbereitung einmalig machen. Also das heisst nicht drei verschiedene Dokumente für drei Ausgaben, sondern nur ein Dokument. Einfache PDF-Erzeugung und die Ausgabe ist programmunabhängig. Wir brauchen keine neuen teuren Workflows. Es sind meistens bestehende Tools in den Betrieben vorhanden. Und die Umstellung auf neue Normen wird um einiges vereinfacht. Aber es braucht die Bereitschaft neue Wege zu gehen. Kurse, wie man sowas macht, kann man bei Pre2Media in der Schweiz besuchen. Oder Sie schauen sich unsere Lernvideos auf dem com2publish.ch Videoportal an. Ich möchte Sie auffordern, freiefarbe.de zu besuchen. Werden Sie Mitglied. Unterstützen Sie uns für die Schaffung von Hilfsmitteln zum Aufbau von kosmedialen Dokumenten. Schauen Sie sich da den HLC Farbatlas an. Es ist eine spannende Sache und wir wären froh, wenn Sie uns bei diesen Ideen unterstützen würden. Ich wünsche Ihnen nun viel Spass bei dem Workshop PDF Toolbox und Pitstop und Umwandeln von RGB in Schmuckfarbe.